Deutschland ist damals in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Den Westen verwalten die USA, Frankreich und Großbritannien. Den Osten übernimmt die Sowjetunion. Wie erfolgreich ist die Entnazifizierung durch die Sieger? In Westdeutschland werden viele Menschen vor Gericht als minder belastet freigesprochen. Sie können ihre Karrieren in Wirtschaft, Politik, Justiz oder Polizei fast ohne Bruch fortsetzen. In Ostdeutschland werden zunächst viele Polizisten, Lehrer und Richter wegen ihrer NS-Vergangenheit entlassen. Margot Friedländer überlebte als einzige ihrer Familie den Holocaust. Heute tritt sie als Zeitzeugin vor allem in Schulen auf und spricht über ihre Erlebnisse als Jüdin im NS-Staat. Um ihnen klarzumachen, was damals gemacht wurde, wie unmöglich es war. Es ist doch unvorstellbar. Wenn man es nicht schriftlich sehen würde, dass es wirklich war, würde man es doch nicht glauben können. Und trotzdem könnte es, es kann immer wieder geschehen. Die juristische Aufarbeitung des Holocaust ist bis heute nicht abgeschlossen. Noch immer werden ehemalige KZ-Wächter oder Sekretärinnen wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Der Grund für diese späten Prozesse ist eine geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Früher musste Angeklagten die Beteiligung an einem konkreten Mord nachgewiesen werden. 2016 entschied der Bundesgerichtshof neu. Für den Tatbestand der Beihilfe zum Mord reicht jetzt bereits die Dienstausübung und die Kenntnis von den Morden in den Lagern der SS. Was denken Sie darüber, wenn es heute noch Prozesse gibt gegen zum Teil 90, 100-Jährige? Alles, alles wichtig, um es damit gegen das Vergessen, als Warnung für euch. Um ihnen klarzumachen, was damals gemacht wurde, wie unmöglich es war, wie unmenschlich es war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017